Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Beginn's On Life. Heute mein Begriff des Tages ist der Atheismus und damit verwandt auch der Agnostizismus. Ja der Atheist also, der lehnt den Gott ab oder den Glauben an Götter. Und der Agnostiker ist jemand, der hält die Frage für ungeklärt. Also der meint man könne die Götter oder die Existenz eines Gottes nicht klären, logisch mit dem Verstand. Und von daher ist die Frage ungeklärt. Im Kern ist natürlich der Agnostiker auch irgendwie ein Atheist. Ja, also das sind die Sachen, die mir hier dazu spontan einfallen. Dann gibt es da diesen Herrn Feuerbach, von dem haben Sie vielleicht gehört. Ein Materialist, der hat ein Buch geschrieben über das Wesen des Christentums. Das ist schon sehr alt und er meint, dass die Gottesvorstellung eine Projektion des Menschen sei. Also der Mensch projiziert seine Allmachtsfantasien in die Form eines Gottes und lässt dann diesen Gott so absolut. Das scheint mir ziemlich plausibel zu sein. Andererseits weiß man selber, wenn es einem gut geht, braucht man keine Götter, dann hat man keine. Und wenn es einem richtig scheiße geht, dann jammert man wieder nach Gott. Oder nach einer Vaterfigur oder nach jemandem, der einen bemuttert oder wie auch immer. Also in diesem Sinne ist das vielleicht auch eine Frage der persönlichen Stärke und der persönlichen Durchsetzung. Ja, die Philosophen haben fast alle die Zustellung genommen. Heidegger zum Beispiel, fällt mir gerade ein, der spricht von einem Geworfenheit. Also dass der Mensch ins Dasein geworfen wurde, geworfen ist. Also die Geworfenheit, das ist keine Absicht dahinter, ist einfach geworfen, der ist einfach da, der Mensch. Und es muss ja sehen, dass er damit klarkommt. Also ich bin geworfen worden. Natürlich weiß man über die biologische Herkunft schon Bescheid. Aber dieses Geworfensein meint es in einem existenziellen Sinne die Geworfenheit des Seins. Also auch ohne Gott eigentlich. Ja. Das wird es gewesen sein, mal für ein paar Nier.